Hallo und willkommen zu uns jetzt bei Skyrim Als die Videos etwas hergewonnen ist geplant und wir starten ein bisschen zu langsam das ist noch mal ein Timer So das ist halt so halt dann schauen wir jetzt mal wie wir jetzt mal da hochkommen Ja wer ist denn das? Hallo Faldos Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azora der Göttin der Dämmerung Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet Azura ist doch eine Däderer Eine Däderung, eine Göttin Naja Was soll's Bitte, wo ist er? Ich weiß nicht, wie er das denkt Ah, weiß nicht, Azada Was soll's oder 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 Ich denke mal, da ist, wenn auch noch Pizze holen, ich... da weiß ich dich. Ja, also, steht auf, hier ist ein Gezahnz. Ok, hier entlang... Oh, das ist ein Gezahnz. Ah, ich bin ein Gezahnz. Ah, ich bin ein Gezahnz. 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 Okay, okay, weh langis jetzt, yd lang? Ah, hier. Oh, he's so. Ah, Mist, was ist denn einer da dann? Also so, was ist so? Hat er viel Gewichter dann? Ah, der hat schon mal gelöst. Oh, Entschuldigung Lydia. Okay, so. Oh, ähm. So. So. Dann würde ich eigentlich mitnehmen. Allerdings. So. So. Ah, die sterbe ich immer auch dabei. Mist. So, ähm. So. 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 äh auf sie heimgold Sollte da oben erst mal. Ascha, Lieben. Dann halt. Ich will das hier schnell beenden. Okay. Ah, ich will.. Ich muss mich etwas befinden. Ich will das besser. Ich muss die Wurzeln oder dich. Jetzt werde ich euch fragen Ach, da war's, da war's So Das war's. so ich entlang ok so mal schauen steilfeilig angebrochen ich will nicht wieder ein gift dabei sie vergiften ist er jetzt hier das ist auch ein anlass auch nicht dornherz kann ich aber auch im gold auch bin auch wieder so mal urschüsse einzukommen na ok 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 hm na so geht doch was ist da angelevelt ok hm ok jetzt schauen wo er das hier führt so hm schade ok dann legen wir uns in die sache und danach schauen wir was wir uns boah ist das schon da dran und dann habe ich mir dann schon davor als wir es parkiert bekommen weil ich dann so da rift vor und dann so abzulegen und dann jetzt ist es wohl all außer dass er uns da schätze gefunden haben vielleicht nochmal das wir uns wohl nach jetzt brauchen wir nicht für die quest jetzt für gewicht dann auch beschwören hat das nicht vorhin schon gelöst so und also so dann dann kurz nach rift turnen so 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 So. Jetzt aber. So. 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 Okay. abae. Verbrauchen was so jetzt. Da ein jetzt ja ein sehr einen Dablus schön. glaube ich immer noch mein Haus走. lauf jetzt brauche ich eine super mut ich will mal besser verweisen um mir den bogen zu holen so die sie in den alle zeiten so da wären wir schon ein bisschen heim ok so jetzt habe ich euch da schon einen bogen so der auch schon weil er auch gute verzauberung hat so so nervig finde ich also die fahrer stelle ich weiß dass sie beim nächsten video also vielen Dank fürs zuschauen wenn ihr jetzt wieder ein like und ein abo da und dann wieder die glocke also bis zum nächsten video bis heute ciao bis zum nächsten video bis zum nächsten Mal Vielen Dank.